Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder auf der einen Wiese unterwegs, aber einmal auf der anderen Seite. Und schauen wir mal, was da heute so geht. Okay, meld mich dann gleich beim ersten wieder. Bis gleich. So, hier das erste Signal, habe ich da schon rausgeschossen. Einmal Müll, der Wolf. Okay. So, da haben wir ein gutes Signal. Aha, da muss etwas sein. Okay. Da drinnen nicht nur. Ah, da ist etwas. Okay, ist ein Müll. Jawohl. So, da haben wir wieder ein gutes Signal. Okay, aber da fahre ich mal mit dem Spaten rein. So. Achso, da ist es wohl ja nicht. Okay, einmal Müll. Da habe ich schon etwas rausgeholt. So. Schauen wir mal, was das ist. Nein, es ist keine Münze. Naja, es ist irgendwie so ein Blech. Achso, da waren wir. Das war so ein... Ich glaube, es ist ein Anhänger oder so. Naja. Okay, ich nehme es einmal mit. Super. So, das nächste gute Signal, eigentlich. Okay. 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 Ah, da ist etwas. Ah, jawohl. Ein schöner Schilling. Sieht aus wie neu. Super. So, das nächste gute Signal. Ah, jawohl. Jawohl, eine Münze. Eine sehr dünne Münze. Ah, leider kann man jetzt nicht so etwas erkennen. Aber eventuell ein Rechenpfennig. Okay, super. So, das nächste gute Signal. Ah, da ist etwas. Okay, das muss ein Projektil sein. Okay, jawohl. So, das nächste Signal habe ich da schon raus. Aber es ist wieder eine Patronenhülse. Okay. So, das nächste gute Signal habe ich da so raus geschossen. Okay, wieder einmal eine Patronenhülse. Jawohl. Okay. So, das nächste gute Signal. Ah, muss das ja irgendwo sein. Ah, da ist es. Okay, eine Münze. Sehr schön. Was ist das? Wahrscheinlich ein Kreuzer. Okay. So, das nächste gute Signal habe ich da schon rausgeholt. Okay, einmal eine Patronenhülse. Okay. Nehmen wir mit. So, das nächste gleich ein mit daneben in der Silbermünze. Ah, so, da muss ich in den Spaten noch einmal eine da. Aha, da ist etwas. Ach so, das ist von der Natur, wo der Schlüssel rein tut. Super, nehmen wir mit. So, das nächste Signal. Ah, da ist etwas. Jawohl. Jawohl, alter Knoll. Sieht nach Silber aus. Jawohl. Es war ja schon so ein schwaches Signal, aber irgendwie gut. Sehr schön. Jawohl. Okay, ich kann jetzt hier nichts erkennen. Ich mache sie dann später sauber. Jawohl. Ja, genau, super. Freut mich. Sehr schön. Okay, weiter geht's. So, das nächste Signal rausgeschmissen da. Ah, da ist etwas. Ja, oder? Jawohl. So, was ist das? Entweder Müll oder es ist etwas Gescheites. Ich glaube eher Müll. Na ja, nehmen wir einmal mit. Okay. So, das nächste gute Signal. So, das nächste gute Signal. Aha, da ist etwas. So, eine Bleiplombe. Wo ist die groß? Ja, eine große Bleiplombe, jawohl. Super. So, das nächste Signal habe ich da schon rausgeschossen irgendwo. Okay, ein Stückchen Müll. Jawohl. Das war wieder ein gutes Signal. Habe ich da schon raus? Ah, da ist etwas. Jawohl. Sieht rund aus. Achso, ein Heiligenanhänger. Jawohl. Da ist sogar die Kette noch drauf oben. Ein bisschen. Sehr schön. Super. Ja, die Wiese ist nicht schlecht hier. Da habe ich noch einiges zum Absuchen. Super, schauen wir mal, was noch geht. Okay, bis gleich. So, das war so ein komisches Signal. Ah, da steckt es drinnen. Da steckt es drinnen. Geschleicht dich zuwider. Jawohl, schon wieder Silberne. Jawohl, Herr Knoll. Das war so ein komisches Signal. Jawohl. Jawohl. Okay, ich kann jetzt nichts erkennen auf die Schnelle. Ja, das muss ich zu Hause sauber machen. So kann man das nicht erkennen. Wow, cool. Meine zweite Halte. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Super, weiter geht's. So, der nächste Fund, habe ich da einen Schrauben rausgeholt. Anfangs war ein gutes Signal und dann war es ein komisches Signal. Okay, da ist es ein guter Signal. Okay, das schmeißt so weg. So, das nächste komischste Signal. Okay, da ist es wahrscheinlich. Ja, jetzt einmal ein Müll. Okay. So, einmal ein gutes Signal. So, da haben wir jetzt ein gutes Signal. Ah, ja, da haben wir doch was. Jawohl, und wieder ein Schilling. Sehr schön. Super. So, da gleich daneben haben wir nur ein Signal gehabt. Ah, da ist noch ein Schilling. Cool. Jawohl, noch ein Schilling war da daneben. Super. Schauen wir vielleicht, ob da nur was drinnen ist. Nein, okay. So, das nächste Signal habe ich wieder so ausgeschossen. Ah, da ist etwas. Aha, das ist eine kleine Patrone. Okay. Das schmeißt mir natürlich dann weg. So, das nächste gute Signal. Aber leider wieder ein gefährlicher Fund. Wieder eine Patrone. Okay, da werden wir natürlich wieder entsorgen, das klumpert. Okay. So, da haben wir wieder ein schönes Signal. So, da ist etwas, jawohl. Ein kleiner Knopf. Sehr schön. Mit Öse sogar. Hoppala. Okay. So, wieder ein gutes Signal. Habe ich da auch schon rausgeschmissen. Achso, wieder so ein Projektil. Jawohl. So, das nächste gutes Signal. Was ist denn das? So, einmal eine Musketenkugel oder so. Oder was ist denn das? Keine Ahnung. Ich nehme es einmal mit. Wo das jetzt ist. Oder ja. Okay. Okay, da ist das nächste Signal. Achso, da steckt es drinnen. Oder ja. Ich glaube, das ist das. Also vom Kugelschreiber wahrscheinlich. Okay. So, das nächste Signal. Habe ich da schon rausgeschossen. Achso, da wieder. Eine Patronehülse wieder. Okay. Nehmen wir mit. Zum Wegschmeißen. Okay. So, das nächste gute Signal. Achso, da ist. Ein Projektil. Jawohl. Okay. So, das nächste gute Signal. Habe ich da schon raus. Ah, da ist das. Jawohl. Einmal 50 Groschen. Sehr schön. Hoppa. So, das nächste gute Signal. Habe ich da schon raus. Ah, da ist etwas. Jawohl. Das ist rund. Und groß. Sehr schön. Ja, was ist das? Komisch. Achso, da steht 57. Da steht eine Nummer drauf. Jawohl. Aber das ist so ein Zinkerblech. Na ja, ich muss sie mit daheim zauber machen. Okay. Sehr schön. So, das nächste Signal. Habe ich da schon raus geholt. Okay. Achso, da. Okay. Einmal Müll. Jawohl. So, da haben wir auch mal Oberflächen gefunden. Aber gut, Signal. Okay. Einmal so ein Blech. Okay. Müll. So, jetzt haben wir tiefe Signal da. Okay. Ich glaube, es ist da noch einmal rein. Achso. Jetzt muss es sein. So, das machen wir jetzt einmal. Immer noch nicht. So. Jetzt muss es sein. Es gibt es uns gar nicht. Genau. Okay. Einmal ein Müll. Jawohl. So, das nächste Signal war relativ tief drinnen. Habe ich da schon ausgeschmissen. Ist das da? Relativ tief drinnen da. So, was das ist, habe ich keine Ahnung. Okay. So, das nächste komische Signal. Achso, schon wieder sowas. Aha, okay. Zweimal das gleiche. Super. So, das nächste Signal. So, das Riesenloch machen müssen da. Aha. Da drinnen. Aha, das kleine da. Keine Ahnung, was das ist. Na ja, ich nehme es einmal mit. Okay. So, das nächste gute Signal. Okay. Einmal Müll. So, da mal wieder so ein schwaches Signal. Achso, da ist es gleich. Na, so ein kleiner Haken. So, da ist es ein kleiner Haken. Nehmen wir einmal mit. Das wird auch mal gut das Signal. Okay. Da drinnen. Okay, das ist der da. Achso, wieder so etwas. Okay. So, das nächste. Rausgeholt. Eine Patrone wieder. Okay. Schmerzt mir wieder weg, das kloppert. Jawohl. So, das nächste habe ich schon rausgeholt. Das ist wieder so eine Stimmplatte für den Mundharmoniker. Okay. Marilette ist drinnen. Super. Nehmen wir mit. So, das nächste gute Signal. Okay, da haben wir auch mal etwas. Okay, nehmen wir es einmal mit. Jawohl. Das nächste gute Signal. Ah, da ist etwas. Achso, das ist, okay. Einmal Müll. So, das nächste Signal. Ich glaube, ich habe es schon raus. Und gesehen, jawohl. Wieder eine Patronenhülse. Okay. Okay. Das nächste gute Signal. Hallo. So, das nächste gute Signal habe ich da schon rausgeholt. Was ist das? Ich nehme es nochmal mit. Okay. So, gutes Signal. Auch das letzte. Dann gehe ich nach Hause. Ja, wo ist denn das jetzt? Hm? Komisch. Muss jetzt auch da sein. Okay. Dann schneiden wir da einmal auf. So. Ah, da ist etwas. Jawohl. Ein kleiner Knopf. Jawohl. Oder, jawohl. Ein kleiner Knopf. Sehr schön. Okay, Leute. Das war's für heute. Das sind die Funde. Noch nicht gereinigt. Da ist der Rest. So, jetzt werden wir alle schön reinigen. Und dann zeige ich euch das nochmal. Okay, bis gleich. So, hallo Leute. Ich bin ja eigentlich wieder zu Hause. Die Mützen gereinigt. Und war heute wieder ein Hammer-Tag. Hier die Mützen. Ein Schilling. Noch ein Schilling. Noch ein Schilling. Das ist einmal ein Rechenz. Welcher genau, das weiß ich nicht. Das ist einmal ein Kreuzer. Wie er vermutet. Außen. 1858. Und jetzt kommt der Highlight. Das ist die kleine Münze von 1600. Noch etwas. Wir sind noch in sehr gutem Zustand. Ich habe keine Ahnung, welche Mütze das ist. Aber hier steht 1600 noch nicht nur was. Wahrscheinlich ein Kreuzer. So, hier ist die nächste. Da unten steht der 1. Da müsste ein Kreuzer sein. Ja. Wahrscheinlich Leopold. Oder so irgendwie. Hier seinen Kopf zu erkennen. Und die Haare. Sehr schön. Super. Hat mich mega gefreut. So. Einmal 50 Groschen. Dann einmal das. 57. Wertmarke oder so. Keine Ahnung. Einmal diese große Bleiblombe. Einmal dieser Heilinger Hänger. So. Dann einmal dieser Knopf. Dann zweimal so etwas. Keine Ahnung was das ist. Einmal so ein Blech. Aber da steht nichts drauf. Dann einmal das hier. Das ist ein Müll. Ich habe es trotzdem mitgenommen. Einmal das hier. Dann hier wieder so ein Knopf. Oder was das ist. Dann einmal das ist auch ein Müll. Und der Rest ist auch ein Müll. Nichts Besonderes. Und das ist von der Mundharmoniker. Stimmplatte. Ja. Wie gesagt. Ich bin sehr zufrieden. Auch wegen solcher Funde. Gehen wir Sondrum. Super. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.